Ich wollte gerade sagen, ich kenne doch die Map. Die kenne ich aus dem Let's Play. Die kenne ich auch noch nicht. Ja, das ist dieselbe Map mit der Carrera-Bahn. Zumindest als Minecraft nicht. Die ist aber auch kleiner. Die ist kompakter auf jeden Fall. Wie lange ist noch Preparing? 14 Sekunden. Ich sterbe! Was? Ich zieh das einfach nur so vor wie so eine Leiche, die da runter fliegt. Ach, schön. Aber ich muss auch sagen, die andere Map ist ein bisschen besser. Das ist eine Sniper-Map und irgendwie gibt es kaum Sniper. Mach doch hier oben. So, jetzt brauche ich wieder eine Waffe. GG ist Traitor. Warum bin ich Traitor? Weiß ich nicht. Ah, ja. Mhm. 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 Sogar an das Macbook haben sie gedacht. Das ist ja sehr clever. Sehr gut. Ich komme da nicht runter. Wir kommen da runter! Also ich gehe runter. Langsam. Ich will da rein. Ich glaube nicht rein. Nein! Geh runter, verdammte Scheiße! Ich will da runter! Ich folge dir einfach mal Schule. Mhm. Wenn du wieder sterben willst. Ich würde gerne wissen, wenn ich da wieder hochkomme, weil irgendwie... Äh, weh drücken, nach oben gucken. Achso, man kann... Also runter gucken heißt runter gehen und... Genau. Genau wie beim Leiter. Wie beim Leiter. Beim Leiter, Junge. Hier sind lauter Öfen. Komm nicht runter. Komm nicht runter. Egal. Du bist doch bei dem Lüftungsschacht-Dings, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Ist mir jetzt egal. Ich habe aufgegeben. Weg da! Doch, du musst nach oben gucken und weh drücken. Geht. Entschulde. Hast du gerade gesagt? Ja, du folgst mir. Hä? Du machst dich gerade vernächtig bei mir. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass du hinter uns herläufst? Nein! Ich glaube, der jetzt hinterher ist mir egal. Ach man, kann man diese Kacke hier endlich mal nach unten gehen. Mein Gott. Also die Map ist lange nicht so cool in Minecraft. Mir gehen die ganzen hübschen Bilder ab. Was ist das für ein Auto? Ist das dein scheiß Ernst? Chichi, komm mal kurz her, bitte. Ist dein scheiß Ernst? Guck mal. Guck mal da. In meiner mit Sicherheit nicht. Hm. Warum geht es nicht, Alter? Yes. Ah ja. Schön. Ich wollte schon immer Zeuge deine Selbstmords werden. Okay. Was hat er denn getan? Er ist rückwärts runtergesprungen. Ich wollte mit dem blöden, beschissenen Messer gerade, wollte ich die Plätze tauschen mit ihr. Aber das Messer schießt du nicht mit längerer Maustaste, sondern mit rechter Maustaste, wie ich gerade festgestellt habe. Das ist richtig. Das war eine scheiße, Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hatte kurz einen Ausbruch von Freude. Aber soll ich dir was sagen? Oh, jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Glück gehabt. Mach das bitte nochmal. Nee. Okay. I wanna fly, fly, hi. Ja, das konntest du ja gerade, aber anscheinend hast du ja nicht funktioniert. Wie ist die schon wieder? Ja. Nein, da geht's nicht weiter. Ah, okay. Du musst nach unten gucken und wehdrücken. Statt nach oben. Hä? Wie komme ich nach unten? Ja, einfach nach oben gucken und wehdrücken, glaube ich. Ach, keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Das ist ein bisschen dämlich. Ja, ich würde... Ich würde aber gerne hier jetzt... Ah! Komm, bitte, 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 bitte. Danke. Äh, Gamecast, was? Ja, komm mal hoch! Okay. Was ist mit mir? Ich wollte nur wissen, ob du das liebst. Ja. GG? Ja. Okay. Oh, hier ist ne Bärenfalle. Die war nicht von mir, dieses Mal. Kann man die entschärfen eigentlich? Weiß ich nicht, willst du das ausprobieren? Du kannst theoretisch ne Waffe reinwerfen, glaube ich. Ja, aber du kannst die entschärfen. Ich hab sie einfach gerade drauf geschlossen, jetzt ist sie entschärft. Hä, ich will doch, leck mich doch. Ah, egal. Bist du tot? Okay. Äh, kommst du da wohl. Okay, Schule ist nicht tot. Ziehst du gerade auf mich? Nö. Äh. Trailer? Hm. Hm, jetzt ist die Frage, trollter oder trollter nicht? Ich check das nicht, wie kann ich denn diesen beschissenen Schacht runter, Alter? Äh, Chichi? Hm. Äh, ist irgendjemand hier? Okay, dann schieße ich jetzt einfach auf jeden, den ich sehe. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Wo seid ihr? Oder wo bist du? Je nachdem. Je nachdem. Uh-huh. Was ist denn das für eine Vendem-Scheiße? Was habe ich gehört? Was ist denn das für eine Vendem-Scheiße? Ja, da fehlt wieder eine spannende Runde. Ja, da ist das für eine Vendem-Scheiße. Ja, da ist das für eine Vendem-Scheiße. Das für eine Vendem-Scheiße. Ja, da ist das für eine Vendem-Scheiße. Ja, das für eine Vendem-Scheiße. Kannst du das für eine Vendem-Scheiße? Ja, da ist das für eine Vendem-Scheiße. 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 Und das für eine Vendem-Scheiße. Tötet mich mal kurz nicht, ich muss mal kurz auf der WhatsApp antworten Verstehst du denn? Damit ich weiß, dass ich die Person nicht tötend habe, die da steht Ja, ich höre gerade wieder irgendwie komischen Geräusche Wo ist eigentlich Trella jetzt die ganze Zeit hier, Chi Trella, wo bist du denn? Der steht hinter mir Ja, aber er sagt nichts, lebt er noch? Vielleicht ist er auch Betrüger Ich gehe mal davon aus, dass er noch lebt Aber wo sagt er nichts? Zumindest ist er noch nicht irgendwie Missing in Action oder sonst irgendwas Ja, gut Ah, er lebt noch, okay Ich steck fest Warte die ganze Zeit darauf, bis einer stirbt Und ich will nicht der Erste sein diesmal deswegen Warte, ich hab das hier Irgendjemand stirbt Und äh Das kann nur ein Verräter sagen Ja, dann töt ich mich doch Dann töt ich dich Ich sag dir ganz ehrlich, egal wer zu mir kommt Ich töt ihn Bist du so jetzt? Ja, das würdest du gerne wissen, ne? Ja, 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 ja Mach dich jetzt schon, mein Verdächtiger Schulle, geh weg, geh weg Ach du, bist du denn schon wieder hier? Ja, schulle, du bist gerade zu mir gekommen Ich stehe die ganze Zeit hier Ja, das ist schön Warum frage ich mich? Ja, schulle Ja, komm Käpen ist kacka Ich kämpfe Aua, aua Es schießt jemand Es schießt jemand Oh, ich hab mir erschossen Was soll denn das? Ja Es ist schulle, es ist schulle Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, irgendwo lebt der noch Er ist unsichtbar, er lebt noch, 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 er lebt noch Ah, Amaterasu, Alter Hä? Wie kann... der kann doch nicht zweimal dieses Ding benutzen. Was ist denn das jetzt hier? Bam Junge! Hä, wen hab ich denn gerade gekehlt? Ich kenne dich so weg. Ich hab noch mindestens zwei bei dir gut gehabt, Keule. Wen hab ich denn gerade... Welche zwei Personen hab ich denn gerade gekehlt, bitte? Äh, also wenn das hier hinten, das war GG, wenn du sie gemacht hast. Und daneben, das war... ich hab einen Dead Trigger. Vor allen Dingen... vor allen Dingen einfach so... Ach, fuck! Ja, ich hab ihn jetzt einfach mal gekehlt. Das ist okay. Ja, klar. Als Traitor? Warum nicht? Ja, geht, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Ich hab gar nicht geschaut, dass ich... das ist Chichi, weil die da von oben runter gekommen ist. Einfach auf das Geschosse, was sich bewegt. Bin ich denn hier jetzt gelandet? Bin halt schon der Erste gewesen, der gestorben ist, ne? Also wirklich, das muss jetzt bestraft werden. Ja, das ist aber Schuld ist Schuld. Das ist jetzt, äh... Das sah eh bitte aus. Ja, das tu ich jetzt auch. Das stand in meiner Berufsbeschreibung. Als Traitor. Meine Berufsbeschreibung lautet jetzt nicht zu kennen, ganz einfach. Och, dieser Dreckslüftungsschaf. Bist du Troll oder was? Ich oder wat? Ja. Ne. Huntman oder Spartan. Du bist Troll. Ja. Mann, ich check diesen Müftungsschach nicht. Ich kapiere das auch nicht. Ich weiß nicht, wann man hoch und runter geht und wie man das bewirkt. Keine Ahnung. So, Hauptsache ich bin jetzt da auf dem Boden. Mein Gott. Also GG, falls du Traitor bist, lass mir mal bitte Schuld über. Ja, den kill ich. Okay, ich dachte, dass ich einfach 5.000 Mal hintereinander... GG? Aua. Ach, die tut ja nur so. Ich halte mich vielleicht entmuten, sorry. Ich bin nicht Traitor. Du kannst ihn aber gerne haben. Und danach darfst du... Wer ist dir gerade irgendwo runtergefallen? Ja, genau. Runtergefallen ist... Das ist bestimmt hundertprozentig wieder Schuld. Ja. Nee, GameGasmus lebt noch. GameGasmus lebt noch. Ja, ich sag doch, ich sag doch, ist alles gut. Was ist denn los? Ja, ich sag... Hier ist doch eben irgendwer runtergefallen. Das hab ich doch gehört. Ich bin runtergefallen. Nee, es sind alle da. Ich bin runtergefallen. Okay. Hat... Ist jemand... Sovich Priester? Nee. Ah, okay. Wollte gerade fragen, warum hast du keinen Schaden? Wag es nicht. Wag es nicht. Wag du es nicht? Ich wag es nicht. Wag dir beides nicht. Du bist... Du bist hier so... Ja komm, du bist wieder. Ja, er hat mich gerade angeschossen. Nerd, kannst du da gucken, wo ich gerade bin. Ich dachte, du wolltest ihn töten? Hier in der Mitte. Ja, wollte ich auch. Aber er hat mich gerade so was von direkt incident angeschossen, ohne dass ich was gemacht habe. Hier in der Mitte ist er. Komm, geh weg, Alter. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, sorry, 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 sorry. Nein, bin ich das nicht. Alter, hier, hier in der Mitte. Wow. Ah, das war der falsche. Ich hab nicht mehr geschossen, Alter. Das war ich, Entschuldigung. Nächstes Mal gehört, Entschuldigung mir, Mann. Ey, wirklich, Entschuldigung, Trailer. Das ist... Ach, ist das stimmt. So. Ja. Wie komm ich verdammt nochmal in den Lüftungsschacht runter? Ich flieg immer nach oben, jedes Mal, Alter. Entschuldigung. Ohne Witze. Ich verstehe nicht davon, wenn du da hinkommst. Viel Spaß. Weg mit dir. Kannst du mir mal jemand erklären, bitte? Ich weiß es selbst nicht. Es ist einfach nur Zufall. Entweder, entweder weh und nach unten gucken oder nach oben gucken. Nein, nein, funktioniert alles nicht. Bei mir sch... Teilweise. Ich find's jetzt einfach ne Kacke. Scheiße gemacht. Drecksspiel. Werde ich die installieren, werde ich anzeigen. Hm. Gar nicht. Hm. Was ist das hier? Scangasmus. Es ist... Okay. Es ist wieder schulde, ne? Ja, komm, schulde. Brauchst gar nicht zu tun. Komm. Existenz ist einfach ein Traitor. Du bist... Ich will runter, verdammte Scheiße, Mann! Ich hab gerade nur S gedrückt. Und jetzt geh ich hoch, jetzt geh ich hoch. Ich will runter. Geht's? Es ist Zufall. Es ist kommenter Zufall. Ich drück ganz an S. Ich drück ganz an S und ich... Und ich... Ah, warte mal. Doch. Nein. So lange hab ich's nicht gedrückt. Ich guck grad nach oben und hab die gedrückt. Jetzt geh ich nach oben. Der hat mir die Bärenfalle da gelegt. Wo? Hier oben. Das war ich definitiv nicht. Das ist meine. Es ist komplett random, ob du hoch oder runter gehst. Es ist komplett random. Es ist mir so egal, Schulle, ne? Ich komm da fucking nicht rein, ey. Was ist das für eine Scheiße? Okay, jetzt hast du nämlich zweimal hintereinander gekillt. Und wir waren eigentlich quitt. Was? Boah, ey! Schon wieder, Schulle! Schon wieder, Schulle! Hau ab! Ich knall dich nicht ab! Nee, nee, nee. Doch! Bleib unten! Ich hör schon wieder Schüsse und Explosionen und dies und das. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin hier still und friedlich in meinem Kämmerlein. Und da bleib ich auch. Ja, ja. Ist klar, ist klar. Braust mir nichts tun. Braust mir hier nichts vormen. Ich will nach oben! Hallo! Hallo! Er brüllt rum. Ich will... Oh, scheiße. Aua. Alter Schwede, was ist das für eine Scheiße? Wer das erfunden hat, der gehört... Links und rechts eine geohrfeigt. Hier schießt jemand. Hier schießt jemand. Wer schießt? Hm? Einer. Ist der Leiche runter? Jupp. Na, dann war er inno. Kann ich auch nichts für. Au! Wer war das denn? Gesehen, Schulle! Ja, schön! Die Frage ist nur... Shit! Die Frage ist nur... Ah, okay. Ja! Wollte du was fragen? Die Frage ist nur, wo bist du? Die Frage ist, wo bist du? Tja. Ich meine, ich habe Schulle getötet und wirst du wissen, wo ich bin. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ja. Also bist du da schon nicht mehr? Vielleicht. Ah, ne, okay. Da ist er noch ein bisschen weiter weg. Tja. Hm. Hm. Nein, ich habe keine Mutti mehr, was soll der Scheiß! Ich habe keine Mutti mehr! Das kann man doch nicht scheiß! Das kann es doch nicht sein. Ich habe es zweimal getroffen mit Pomerang und mit einem Scheißding.